Sam Wagnin, lass dich nicht von Einsamkeit leiten. Ich bekomme immer wieder solche Nachrichten von Frauen. Wow, du bist attraktiv, du bist sexy. Diese Frauen bieten sich mir an und ich frage mich, was ist der Grund für diese Frauen, sich so zu verhalten? Nein, sind sie betrunken, sind sie high von irgendwelchen anderen Drogen oder sind sie einfach blind? Nein, das sind sie natürlich nicht. Sie sind einsam. Und Einsamkeit ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Einsamkeit ist ein schlechter Berater, der dich dazu bringt, Dinge zu tun, die du nie getan hättest, ja, über die du nicht einmal nachgedacht hättest, wirst du nicht einsam gewesen. Und dennoch lassen sich die Menschen von ihrer Einsamkeit dazu drängen, Menschen und Dinge so komplett anders, so komplett verblendet zu sehen. Ich bin ungefähr so attraktiv wie eine ausgetrocknete Eidechse und ungefähr so unwiderstehlich wie Gollum. Dass diese Frauen mich attraktiv und sexy finden, hat etwas mit ihnen zu tun, nicht mit mir. Ich bin einfach zufällig dort, wo ich bin. Diese Frauen aber schaffen sich eine Ausrede, die sie idealisieren. Sie schaffen sich eine Fantasie. Und das ist es, was Menschen tun, wenn sie auf einen Narzissten stoßen. Egal, ob Mann oder Frau. Sie idealisieren den Narzissten, weil sie selber so einsam sind. Sie wollen, dass er oder sie attraktiv und sexy, interessant und charismatisch ist. Sie übersehen jeden Mangel, jeden Fehler, jedes Fehlverhalten, egal wie ungeheuerlich die Wahrheit ist. In den ersten paar Minuten eines Dates erkennst du doch alles über den Menschen, der dir gegenüber sitzt. Monologisiert er, bleibt er unheimlich still. Verhört er dich die ganze Zeit, als ob er eine Akte über dich anlegt. Behandelt er den Kellner schlecht, aber dich wie eine Prinzessin oder einen Prinzen. Du siehst und hörst doch alles. Und dein Gefühl sagt dir doch, etwas stimmt nicht mit ihm. Irgendetwas stimmt nicht. Und danach weißt du ziemlich schnell verdammt gut, dass es falsch ist, dass du diesen Menschen getroffen hast. Du wusstest, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas mit seiner Person, irgendetwas mit seiner Geschichte, irgendetwas stimmte nicht an der Art, wie er über sich selbst und andere Menschen sprach. Irgendwas stimmte nicht mit seinem Sinn für Humor, mit der Unterhaltung, mit der Auswahl des Essens, mit der Schnelligkeit und Geschwindigkeit, mit der er plante, oder mit der Art, wie sie deine Hand hielt, wie sie das Restaurant auswählte, und so weiter. Irgendetwas stimmte bei all dem nicht. Und du wusstest es. Und du wusstest es verdammt gut, und du hast nichts dagegen unternommen, weil du einsam warst, weil du traurig warst, weil du kaputt warst, und jemanden wolltest, der deine Hand hält, der dich umarmt. Du wolltest menschliche Wärme und menschliche Präsenz. Aber der Narzisst kann dir das alles nicht so geben, wie du dir das vorstellst und dir wünschst. Du bist auf deine Einsamkeit hereingefallen. Wirf dem Narzissten nichts vor, sondern mach dir deine eigene Bedürftigkeit, deine eigene Schwäche klar, deine eigene Rückgratlosigkeit gegenüber deiner eigenen Unfähigkeit, dich selbst und deine eigene Gesellschaft zu genießen, dich bei dir und in dir selber wohlzufühlen. Ein Defizit an Selbstliebe, das ist es, was der Narzisst sofort erspürt und es ausnutzt, wenn er es bemerkt. Er bietet dir Kameradschaft an und eine Fantasie, in der du die Realität deiner Einsamkeit und deiner fehlenden Selbstliebe entkommen kannst. Du magst die Realität nicht. Du magst dein Leben nicht. Du willst einfach nur ein Disneyland und du leugnest das alles wegen deiner Einsamkeit. Du würdest sogar jemanden wie mich körperlich attraktiv, geistig attraktiv finden. Aber in Wahrheit bin ich widerlich und abstoßend und gruselig. Das Ganze sagt viel über den Zustand der Menschen da draußen aus. Frauen und Männer. Sie haben den beschönigenden, verklärenden Blick des Einsamen. Alleinsein ist der neue Normalzustand. 63% der Männer und 34% der Frauen sind aktuell Single und 42% der Männer beziehungsweise 38% der Frauen sind lebenslange Singles. Entweder freiwillig oder weil sie keinen passenden Partner finden. Die Mehrheit der Menschen hat gar keine sexuelle Beziehung mehr. Das sagt nicht Sam Wagnin, das sind Fakten und statistische Daten. Also, überwinde deine Einsamkeit. Fange an, dich auf dich selber zuzubewegen. Beginne das wundervolle Unternehmen, dich mit dir selber anzufreunden. Versöhne dich mit dir selbst. Akzeptiere dich selbst. Hab dein eigenes Rückgrat. Schütze dich selbst. Vertraue dir selbst. Werde dein bester Freund. Kein anderer wird es tun. Tue das für dich. Denn niemand sonst wird es tun.